Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israels Premierminister Netanyahu hat US-Präsident Obama und Außenminister Kerry am Montag in Washington für deren Bemühungen um die Friedensverhandlungen gedankt. Seit 20 Jahren befinde sich Israel in Friedensgesprächen, sagte Netanyahu. Es habe Städte in Judäa und Samaria geräumt, Siedlungen verlassen und hunderte Terroristen freigelassen. Das habe zu Selbstmordanschlägen, palästinensischer Hetze und tausenden Raketen geführt. Im Gegensatz zu den Palästinensern habe Israel seinen Teil getan. Obama lobte Netanyahu für die Teilnahme an den sehr langwierigen, mühsamen Verhandlungen. Er rief beide Seiten zur Kompromissbereitschaft auf. Ein ägyptisches Gericht hat am Dienstag alle Aktivitäten der palästinensischen Hamas in dem nordafrikanischen Land untersagt. Damit reagierte es auf den Antrag eines Rechtsanwalts, die radikal-islamische Organisation als eine Terrorgruppe einzustufen. Das Gericht für dringende Angelegenheiten in der Hauptstadt Kairo verfügte, dass alle Hamas-Büros geschlossen und die Beziehungen mit der Hamas ausgesetzt werden müssten. Die Hamas, die aus der ägyptischen Muslimbruderschaft hervorgegangen ist, reagierte empört auf das Urteil. Die ägyptische Interimsführung geht davon aus, dass die Hamas eine Schlüsselrolle bei den Unruhen im Sinai spielt. Neben Israel ist Ägypten für die Abregelung des Gazastreifens verantwortlich. Amnesty International hat die israelische Armee scharf kritisiert. Die Menschenrechtsgruppe wirft ihr in einem Bericht eine gefühllose Missachtung menschlichen Lebens vor. In den vergangenen drei Jahren hätten Soldaten dutzende palästinensische Zivilisten im Westjordanland getötet. In allen untersuchten Fällen hätten die getöteten Palästinenser keine direkte Lebensgefahr dargestellt. Die Jerusalemer Medienbeobachtungsgruppe NGO Monitor wirft AI vor, keine Beweise für diese Anschuldigung zu erbringen. Sie bemängelte bei den Menschenrechtlern fehlendes Expertenwissen und Voreingenommenheit. Das israelische Militär teilte mit, AI habe die zunehmende palästinensische Gewalt und die Herausforderungen für die Soldaten nicht berücksichtigt. Hunderttausende ultraorthodoxe Juden haben am Sonntag in Jerusalem gegen die Wehrpflicht protestiert. Eine Gesetzesreform zielt darauf ab, strenggläubige Juden zum Armeedienst zu verpflichten, von dem sie seit der Gründung des Staates freigestellt sind. Ultraorthodoxe Vertreter kritisierten, wer jetzt die Torah studiere, werde zum Verbrecher abgestempelt. Wenn sich Talmud-Studenten Weihgang einer Einberufung Folge zu leisten, droht ihnen ab 2017 eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren. Eine hebräische Handschrift und Gedenkblätter für Holocaust-Opfer gehören jetzt zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Die Handschrift Rothschild Miskellani ist im 15. Jahrhundert in Norditalien entstanden. Das Pergament bietet Einblick in das jüdische Leben während der italienischen Renaissance. Das Manuskript wird im Jerusalemer Israel-Museum aufbewahrt. Die Gedenkblätter von Yad Vashem erinnern in der Halle der Namen an die Opfer der Judenvernichtung während der Nazizeit. Laut der UNESCO stelle die Gedenkblättersammlung ein breit angelegtes kollektives Gedenken an die Opfer der Shoah dar. Es strebe danach, ihnen ihre Namen und Gesichter zurückzugeben. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.